3, 2, 1, hallo YouTube, was geht? Ist wieder soweit. Neues YouTube-Video hier am Start. Heute mal mit, sag ich mal, besonders viel Qualität, mit besonders viel Input. Und zwar, wir reagieren. Wir reagieren auf Fortnite-Memes. Es war sehr, sehr anstrengend, es wird sehr, sehr anstrengend. Viel, viel Spaß, wenn ihr mehr davon haben wollt. Ich hoffe, mein Verstand, ich meine, TikTok-Videos sprechen für sich. Feiert ihr unnormal. Wir reagieren jetzt auf Memes. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Däumchen wäre ein Träumchen. Falls ihr euch kein Abo da gelassen habt, könnt ihr dies gerne tun. Ich würde sagen, es geht los mit Fortnite-Memes. Oh, immer diese Videos. So, like and subscribe and we, it's kind of... Ehh! Dann check this out. Okay, who likes Fortnite? We like Fortnite, we like Fortnite, we like Fortnite, we like Fortnite. What the fuck did you say to me, you little s- When it comes to one-year-old Dante, Pierre, you are the fuck. Ah! 2.000 V-Bucks? Hey Mom! Where's your credit card? Girl, it's locker room. Oh my god Vanessa, did you just fart? What the fuck? You're so... Huh? Gross? What is gross? Explain it in the comments. My English is too bad. I don't know what it is. Gross. I don't know. I don't know. Fuck you guys! Let's not... Ain't no fool! T.O.O.O.O chefs- I'm fast as fuck boy! I'm fast as fuck boy! I'm fast as fuck boy! Das war's für heute. Ich schneid euch den Clip rein, wo genau das bei mir passiert ist. Warten wir Main wieder. Dinger. Ohne Scheiß. Die Combat Shotgun zu der Zeit von der Fortnite-Weltmeisterschaft war ja so, die Combat Shotgun in Fortnite war wie die Shotgun aus Modern Warfare jetzt. Du hast einfach auf Distance die Leute gekillt. Aus der Entfernung. Also sorry, da muss ich auch einfach sagen, für die Leute, die vielleicht hier unter der Community auch Modern Warfare spielen, also Call of Duty Modern Warfare, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie behindert ihr, also wie geisteskrank stark ihr die Shotgun findet. Hähäähähähähähähähähähähähähähäähähähke等. Joao no 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 no. Peter. Put. ажhåh?" Das ist Minecraft. Ey, das spielt doch Trimix immer. Trimix spielt doch immer hier Minecraft gegen diesen Elder Drake, ne? Ich hab ein bisschen was aufgesammelt. Ich hab ein bisschen was aufgesammelt schon mal für dich. Gebt mir die Sachen. Komm, wir gehen in mein Lager. Wir gehen in mein Lager. Schnell, 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 schnell. Hinterher, hinterher. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Elder Drake haltet. Was ist mit diesem Elder Drake? Der Fisch. Ninja. Yo. Das war doch hier gerade aus diesem Anime One Piece, oder? Das ist auch schon wieder eine Serie oder Sendung, die mich so abgefuckt hat mit seinem Scheiß-Dreihel-Kopf. Hat mit seinem Scheiß-Dreihel-Kopf. Das war doch nicht möglich. Die Musik aus dem Sachen aus dem 1, 2, 3, mothaf*** Ey, ey, I walk around like dang n*** Hey mom, what are your thoughts on season 9? It's trash, Epic doesn't even know what they're doing anymore I can't believe they got rid of the pot Why are you bullying me? Bro, you have to be con expert? I don't even have any good skins, give me a second, bro Hey mom, where's your crank car? Digger, we con expert, wer den hat How long is it? I listen, I feel bad How long is it? I don't even know if I have to be with you I've been there I haven't been there damit möchte ich diese folge erstmal beenden ich wollte das ist schluss schluss vorbei eine spezielle sache wird jetzt hier eingeblendet ich bedanke mich vom tiefsten herzen für insgesamt über 25.000 euro spenden für einen guten zweck und zwar bin ich jetzt offizieller kinderlachen botschafter da findet auch ende des monats eine gala statt wo ich auf der bühne eingeladen bin und das alles nur dank euch ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat däumchen werden träumchen mache ich normalerweise nicht aber hier eine ausnahme bei 10k likes also 10.000 likes kommt eine zweite reaction davon von noch mehr auf fortbildnehmens reagieren hat mir sehr gut gefallen und bis zum nächsten video dank für uns bis zum nächsten video